Hallo, hier sind wir draußen. Ich bin hier an einer seltsamen Kühe. Ja, ganz seltsam. Schaut her, irgendwelche Äste versperren den Fluss, den Weg. Warum, weshalb? Keine Ahnung. Es soll darüber Danger sein. Warum der sich so nennt, weiß ich nicht. Irgendwo soll hier was Explosives sein. Naja, vielleicht finden wir das auch noch heraus. Aber, was auch noch wichtig ist, ja, jetzt zoomen wir mal etwas zurück. Da, es heißt doch in einen Song, über sieben Brücken soll zu gehen. Ja, das habe ich auch versucht an diesem Jakobsweg hier. Aber, das Problem ist, hier ist nur eine Brücke. Wie soll ich dann bei dem Wind, ja, über sieben Brücken gehen? Also, dass ich das ausgedacht habe, also keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja weiter. Bis dahin, noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüssi, Kowski. Tschüss.